Musik Wir waren bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Bus. Der Bus befand sich auf einer Leerfahrt, das ist Gott sei Dank gut für uns war. Der Fahrer des Pkw wurde im Weinbereich eingeklemmt und wurde von uns patientenorientiert gefreit. Die B-Säule wurde vom Fahrzeug getrennt und wurde dann anschließend dem Rettungsdienst übergeben. Dieser wurde dann im Erdenfeld ins Rang ausgefahren. Wir sind jetzt soweit fertig, die Polizei macht jetzt die Umfangaufnahme. Wir können jetzt auch schon, wir haben schon die Pkw, dass wir abwarten können.